Musik Hallöchen, hier ist das Stempeltierchen aus Leipzig. Mein Name ist Mandy und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder bei den Stempelschätzen dabei seid. Heute ist ja schon der achte Teil und wie ihr seht, habe ich mal eine fröhliche, frühlingshafte Karte gestaltet und gearbeitet habe ich mit dem Stempelset Tintentraum und dem Stempelset Wiesenruhe. Das Stempelset Tintentraum war ja jetzt bei der letzten SAB dabei und ich weiß, dass das ganz, ganz viele von euch haben. Als erstes nehmen wir uns mal ein Stück Farbkarton Seidenglanz und in den Maßen von 9,5 x 13,5 cm. Und dann habe ich mir diese Blätterranke genommen und stemple die mit Versamark auf dieses Seidenglanzpapier. Ich habe mich nämlich mal ein bisschen inspirieren lassen von der lieben Steffi von Stempelwiese, die bei ihren Karten auch eine ganz coole Technik verwendet und ich wollte die einfach auch mal ausprobieren. Ich embosse das jetzt in Weiß, bei der anderen hatte ich es in Klar embossed, hier embosse ich es einfach mal in Weiß und dann nehme ich das Embossingpulver und dann nehme ich den Heißluftfön und das Heißluftgerät und embosse das. Da habe ich hier auch mal einen Cut gemacht, weil was sollt ihr mir beim Embossen zugucken, das macht ja jetzt auch keinen Sinn. Und wenn das dann alles fertig embosst ist, dann ist mir schon klar, dass ihr immer noch nichts seht, was ich gemacht habe, aber gleich. Wir nehmen oder ich habe mir genommen so eine Fingerkuppe und zwar gibt es ja diese Haushaltshandschuhe und da habe ich mir einfach so eine Fingerkuppe abgeschnitten und unsere Stempelkissen in Bonbonrosa, die Incolor, eine der neuen Incolors und habe das so ein bisschen auf dem Stempelblock gemacht und ein bisschen mit Wasser angespritzt und jetzt nehme ich diese Tupftechnik mit dieser Fingerkuppe, die ja wie gesagt die Steffi auch sehr gerne verwendet und ich wollte es schon ewig mal ausprobieren und ich finde es halt voll cool. Und jetzt seht ihr auch, was ich embossed habe, jetzt kommt das Motiv zum Vorschein und ich finde das immer wieder einen total tollen Effekt, wenn man embossed und dann erst im Nachhinein dann sieht, was man eigentlich für ein tolles Motiv da hat. Und jetzt, genau, immer schön mit dem Fingerschwämmchen gucken, also der unten da ist, auf dem Stempelblock ist nur Wasser, um das einfach noch ein bisschen dann die Flüssigkeit zu behalten. Deswegen auch Seitenglanz, weil das besser Wasser aufsaugt als der normale Farbkarton in Grundweiß. Und dann mache ich mal schnell meine Blöcke sauber. Und dann nehmen wir uns nochmal das Bonbon-Gosa. Und das Stempelset Wiesenruhe hat einen wunderbaren Punktestempel. Also auch als Alternative für den Spritzer, den es ja gerade nicht gibt, finde ich das einen wunderschönen Punktestempel, also weil der es wirklich sieht auch aus wie draufgespritzt. Also von daher habe ich gedacht, zeige ich euch einfach mal aus dem Stempelset Wiesenruhe diesen Stempel und habe da mit Bonbon-Gosa einfach nochmal ein paar Akzente gesetzt. Dann nehmen wir uns eine Schere oder ich nehme mir eine Schere und fahre die Ränder so nach. Mein Mann gefällt das überhaupt nicht, wenn die Ränder so angeraut sind. Ich finde das total schön. Also mir gefällt das und ich mache das gerne. Im Prinzip ist das heute eine Karte inspiriert bei Steffi. Aber auch das kann einfach mal sein, weil, na klar, auch ich lasse mich gerne von anderen Kreativen inspirieren und kombiniere einfach hier verschiedene Sachen, die Steffi halt dann auch gerne mal in ihren Videos zeigt. So, dann habe ich noch ein Reststück in Grundweiß und da stempeln wir uns jetzt einfach mal den Colibri drauf. Und dann fällt mir gleich auf, dass ich mir, das ist ja so eine Zwei-Schritte-Stempel-Technik, wo ihr erst quasi die Umrandung stempelt und dann nochmal mit einem Füllstempel das Innere. Ich habe natürlich erstmal den Füllstempel vom Schmetterling genommen und rätsel jetzt, warum das nicht passt, bis mir auffällt, es ist nicht der vom Colibri. Aber ich habe es erstmal eisern probiert und habe gedacht, es muss doch gehen. Und dann habe ich gedacht, nee, irgendwie passt der nicht. Naja, ich halt, ne. Jedenfalls nehme ich mir jetzt den Füllstempel. Genau, da bin ich zufrieden. Und dann nehme ich mir das Stempelkissen in Babyblau, ein Fingerschwämmchen und tupfe ein bisschen Farbe auf den Füllstempel. Dann kommt Bermuda-Blau. Und ihr seht, dass ich wie so einen kleinen Farbverlauf erzeugen möchte, also von hell nach dunkel. Und zum Schluss habe ich mich für Aquamarine diesmal entschieden. Bei dem ersten hatte ich Abendblau. Finde ich auch sehr schön, aber ich wollte einfach mal ein bisschen was anders machen. Und dann stempeln wir das einfach auf. Und dann finde ich, sieht der Colibri einfach echt zauberhaft aus. Den müsst ihr jetzt per Hand ausschneiden. Das geht aber relativ schnell. Ich habe den auch relativ grob ausgeschnitten, also auch Ränder gelassen an der Seite. Einfach weil. Ach genau, jetzt habe ich euch gerade nochmal in dem Tintentraum gestehen. Sind auch kleine Punkte drin. Also wenn ihr jetzt mögt, hättet ihr auch ruhig diese nehmen können, statt der Wiesenruhe. Und auch damit ein paar Spritzeffekte erzeugen können, ein paar Punkte. Also guckt mal, es gibt ganz viele Stempelsets, wo Punkte drin sind, die ihr verwenden könnt als Alternative. Und ich gebe zu, ich werde mich bemühen, meinen Spritzer jetzt nicht mehr so oft zu verwenden. Zumindest nicht in Videos. Für so auf jeden Fall. Aber in Videos vielleicht nicht mehr ganz so oft. Es tut mir halt wirklich leid, dass der gerade nicht mehr verfügbar ist. Aber da kann ich ja am Ende auch nichts dafür. So, und dann haben wir quasi alles vorbereitet. Und dann können wir die Karte zusammenbauen. Dazu habe ich eine Grundkarte in Grundweiß genommen. In den Maßen von 21 x 14,5. Gefalzt an der langen Seite bei 10,5 Zentimeter. Dann habe ich ein Stück Farbkarton Saharasand in den Maßen von 10 x 14 Zentimeter. Das ist quasi meine Mattung. Und das können wir einfach schon aufkleben. Dann habe ich aus Saharasand mit den bestickten Rechtecken mir so ein kleines Rechteck ausgestanzt. Und habe auch für den Spruch nochmal genommen, die bestickten Rechtecke. Das nennt sich Geschenkband Schöne Kunst. Ich muss mal gucken, ob es das noch gibt. Das ist so ein bisschen gülden. Und hat mir eigentlich jetzt so für die ganze Farbgestaltung echt gut gefallen. Und dann habe ich hier noch Leinenfaden. Ich weiß, wir haben jetzt neun Leinenfaden. Aber ich habe ja nur noch den alten. Und ich möchte den jetzt auch noch verbrauchen. Also der ist echt horn alt. Also ich glaube, den habe ich, seit ich vor sechs Jahren angefangen habe, mit Stampin' Up oder sieben Jahre. Also ich war ungefähr erst ein halbes Jahr Kundin und bin ja dann fast direkt eingestiegen. Also seitdem habe ich den. Und der muss ja auch irgendwann mal alle werden. Den Aufleger klebe ich mit Stampin' Dimensionals fest. Damit ich noch ein bisschen mehr Dimensionen in die Karte bekomme. Und ihr seht, ich denke an den Piekser, um mir die Trägerfolie zu entfernen. Man muss das einfach nur immer und immer wieder machen. Und dann wird das zur Routine. Das kleben wir jetzt auf. Dann nehmen wir unseren kleinen Kolibri. Und ihr müsst bei dem ein bisschen aufpassen. Bei der ersten Karte ist mir das passiert. Dass ihr den nicht zu weit rausklebt mit seinen Flügeln. Weil sonst fliegt der, also zerknickt er euch in der Postkarte, im Briefumschlag, wenn ihr den wegschickt. Und deswegen passt er ein bisschen auf. Bei der anderen ist er halt ein bisschen zu weit draußen. Und den Spruch, das ist beste Wünsche, das ist auch aus dem Set Tintentraum. Den klebe ich dann einfach noch mit Dimensionals. Beziehungsweise auf der anderen Seite etwas kleberfest. Weil sonst wird es da zu hoch. Und dann wäre es das eigentlich. Dann ist die Karte fertig. Ich räume jetzt noch ein bisschen auf. Zeige euch nochmal beide Karten. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Zwei Sonntage haben wir ja noch. Und mal schauen, was mir dann einfällt. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Habt Spaß am Basteln. Habt Spaß am Kreativsein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.